Hey Hertha Fans! Viel Spaß beim Fanfest, es wird super! Ich grüße alle Herr Tana und viel Spaß beim Fest! Ich grüße euch an die Freunde aus Karlsruhe, aber vor allen Dingen der Glückwunsch an uns alle, denn es hat ganz viel abgebildet. Ich bin ein und bin sehr unterstützt. Ich grüße euch an die Freunde aus Karlsruhe, aber vor allen Dingen der Glückwunsch an uns alle. Lohian! So, die nächsten Mal auch, aber sehr gut! Huch, hallo? Na? Gibt es gerade hier Highlights vom Frauenspiel gegen den KSC? Könnt ihr euch gerne schon reinziehen, das ist online. Huch, hallo! Huch, hallo! Huch, hallo! Huch, hallo! Huch! Huch, hallo! Huch, hallo! Huch, hallo! Huch, hallo! Jungs, wie findet ihr eigentlich unser neues Auswärtstrikot? Wie findet ihr unser neues Auswärtstrikot? Sehr geil, aber ich spiele richtig in die Auswärtstrikot. Aber Tova Trikot ist auch geil, oder? Sehr, sehr nice, schön vintage. Jungs, wie findet ihr unser neues Auswärtstrikot? Cool. Wie gefällt euch unser neues Auswärtstrikot? Oh, Trikot. Sehr, sehr, sehr. Hallo! 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 Wir sind unser Hertha-Fans, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr alle da wart. Dankeschön! Danke für euren Support! Danke! 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 Danke. Danke.